So, willkommen zu einer neuen Folge von Viktoria. Wir sind genau dort, wo wir letztens aufgehört haben. Und zwar im Kampf gegen Ägypten. Die erste Armee von Ägypten haben wir bereits restlos vernichtet. Das finde ich ganz toll. Die haben sich nicht einmal zurückziehen können. Im Normalfall würde ich sie sonst verfolgen. Oh, Brasilien hat auch Paraguay. Den Krieg erklärt noch sowas. Na gut. Normales ist es wichtig, die Truppen des Gegners vollständig zu vernichten. Weil, vor allem wenn wir im Feindesland sind, erholt er sich sehr, sehr schnell. Und dann kommt er mit neun Truppen nach, während wir uns eben nicht so schnell erholen. Was ein bisschen problematisch für uns alle ist. Leider haben wir am Anfang noch nicht so eine großartige Technologie. Deswegen sind wir auch nicht so besonders gut im Belagern. Gut. Wir haben da unsere restlichen Truppen zusammengeführt. Vielleicht bringen wir dann doch noch eine zweite Armee runter. Dieses Schippernakel. Diese Schippernakel bringen wir auf jeden Fall mal zurück. Schauen wir mal, was Frankreich da vorbeibringt. Kann doch was sein, dass Frankreich, ah, Frankreich wird Kreta belagern. Naja. Das ist keine großartige Hilfe. Aber immerhin ein bisschen was. Mir wär's recht, wenn Preußen einen Haufen Schiffe runterschickt und viele Leute dabei sterben. Ich möchte ein schwaches Preußen. Ich bin so gemein. Na gut, der Computer hat's nicht anders verdient. Preußen ist bereits vertraut mit Bayern. Ich bin wieder vorbei, dass wir Bayern die Bausten rausgeworfen haben. Das ist so elend. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Definitiv. Vielleicht werden wir da bei Kolumbien nicht ganz so viel rein investieren. Dann sind die anderen schneller. Ah, da haben wir schon die ersten 17.000 Truppen von Frankreich. Das ist okay. Gut. Schiff. Du erholst dich mal in Dresd von deinem Schock, dass du da drüber fahren musstest. Über das offene Meer. Gut, wir werden auch dann versuchen, möglichst schnell Kairo zu erobern. Montenegro. Mit denen könnten wir auch noch Krieg führen, wenn sie es. Aber was bringt uns das? Das bringt uns praktisch nichts. Ein bisschen Prestige. Sollen wir für ein bisschen Prestige Montenegro angreifen? Was haben die für Verbündete? Haben die Verbündete? Das kann ich mir kaum vorstellen. Keine Verbündeten, keine Schutzmächte. Wir haben einen Schuldentilgungskriegsgrund. Und wir könnten eigentlich diese 24.000 Mann, die sind jetzt in E-Card stark, daher schicken, ihnen den Krieg erklären, Schulden zurückverlangen, Prestige gewinnen. Kostet uns nichts. Und sie. Es kostet uns keine Infamie. Eigentlich sollten wir das wirklich machen. Und Krieg führen wir sowieso schon. Der wird nicht so schnell vorbei sein. Also der Krieg, der gibt Montenegro, wird schneller vorbei sein, sagen wir es mal so. Gut. Die erste Belagerung haben wir. Gehen wir weiter nach Dumja, dann nach Zikazik, dann gehen wir nach Kairo. Und dann schauen wir, ob wir dieses mittlere Dings da auch noch dazu kriegen. Na, achso. Pardon. Meine Pausenwut. Ich ständig in Pause stelle. So, die ersten Geistlichen sind auf 2%. Das ist gut. Okay, wir machen aber weiter bis 3%. Das hat den Vorteil, dadurch, dass das so viele Leute sind, in diesen Staaten, kommen wir schnell auf die 2% der Gesamtbevölkerung. In der Gesamtbevölkerung. Weil das ist nicht für Staaten. Wir können in einem Staat zum Beispiel 10% Geistliche haben, wenn wir in den anderen 1% haben. Und dadurch insgesamt auf 4% kommen, äh, auf 2% kommen, ist das auch gut für unsere... Okay, jemand hat uns Krakow weggenommen. Damit können wir leben. Krakow ist uns egal. Das kann ruhig ein Teil des Russischen Reichs werden. Ach, da sind 20.000 Ägypter. Und die belagern schneller als wir. Mist. Das ist nicht gut. Das müssen wir unterbinden. Nein, leider. Na, kann schon. Wohin reitet denn der? Na, man zu. Am 31. Oktober ist er dort. Wir sind am 3. Dann machen wir das so. 2. Rembo. 2. Rembo. Vielleicht erwischen wir sie. Wichtig. Wir müssen möglichst, möglichst alle ägyptischen Truppen entsorgen. So, wir sind direkt mit der einen Truppe von Montenegro. Na dann. Erklären wir den Krieg. Kostet uns keine Infamie. Bringt uns, wenn wir gewinnen, 5 Prestige. 5 Prestige haben oder nicht haben, ist am Anfang schon ziemlich wichtig. Ähm, kostet uns eigentlich nichts. Da brauchen wir auch keine Verbündeten. Das wäre nur riskant, seine Verbündeten zu verlieren. Gut, wenn wir dort die Belagerung haben. Ah, sehr gut. Wir haben sie erwischt. Und dann gehen wir mal da her. Und noch einmal 3.000 vernichtet. Sehr gut. Also vernichtet. Die sind nicht wirklich tot, diese Leute. Die gehen nur zurück zu den Pixeln. Die sind nicht so brutal. Dass wir irgendwelche Leute vernichten. Nein, 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 nein. Das tun wir nicht. Okay, vielleicht. Aber nur in dem Spiel. Okay. Ach Gott, Sachsen ist schon wieder vertraut mit ihnen. Ha. So, seht ihr? Und der Krieg ist schon zu Ende. Du gehst wieder zurück nach Venedig. Und meine Freunde, ihr macht's mal Frieden mit mir. Gut. Und wir haben 76 Prestige. Hurra. Das sichert unseren Platz und den Top 8. Ah, die Preußen gehen durch das Osmanische Reich durch. Sehr gut. Weil sie ohne Schiffe kommen, müssen sie nachher wieder durch Österreich durch, um zurück nach Preußen zu kommen. Wenn wir ihnen keinen Militärdurchgang geben, dann bleiben sie dort stehen und werden langsam verhungern. Oder auch nicht. Aha. Hm. Was werden wir hier... Die Mobilfabrik ist gut. Das wollen wir unterstützen. Wir brauchen viele Konserven für unsere Truppen. Gut. Und wie ihr seht, führt Frankreich für uns den Krieg. Und Deutschland. Sehr gut. Wieder ein bisschen mehr Liberale. Das ist auch gut. So, wir schauen, wir sind die Ehrenführer im Krieg. Sehr gut. Manchmal sind die nämlich so fies. Dann übernehmen die stärkeren Großmächte das Ganze. So, gehen wir weiter nach Kairo. Und das bringt uns nämlich sehr viele Punkte. Dann können wir nämlich... ein weiteres, möglicherweise ein weiteres Kriegsziel hinzufügen. Wir brauchen mehr Hurra-Patriotismus. Naja. Das wird sich schon machen lassen. Wir haben immerhin Reaktionäre an der Macht. Wir sollen das doch bitte durchpeitschen. Ja, das da bedeutet im Übrigen, dass wir Leute durch Attrition, wie heißt das auf Deutsch, verlieren. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, dass... Die haben Reserven mobilisiert. Warum? Das ist Ägypten, gegen die wir da kämpfen. Wir haben Kairo belagert und erobert. Das heißt, wir haben jetzt 18%. Ungefähr 6,2. Naja. Wird noch ein wenig dauern. Bis wir noch ein Kriegsziel hinzufügen können. Ich hoffe, wir können tatsächlich eins hinzufügen. Und das machen nicht irgendwelche anderen Typen hier. Ich meine, mit Kairo haben wir das Machtzentrum quasi erobert. Das ist einmal ganz gut. Ah, sehr gut. Die helfen uns dumm. Nein, doch nicht. Schau da. Wenden die hin? Der Computer ist manchmal ein wenig seltsam in der Kriegsführung. Das ist auch der Grund, warum man mit schwächeren Nationen manchmal gewinnen kann. Gegen stärkere. Also bei Stärkeren ist es natürlich noch wichtiger, dass man ihre Armeen vernichtet. Manchmal ist es ganz okay, wenn einige von den eigenen Provinzen erobert werden. Im Endeffekt ist es so, wenn man die gegnerischen Truppen vernichtet, hat man nachher alle Zeit der Welt, alles wieder zurück zu erobern. Das heißt, man sollte sich nie Gedanken darüber machen, ob irgendjemand vielleicht das Land überrennt. Also das ist mir echt noch nie passiert. Zumindest in so großen Staaten wie Österreich nicht. Natürlich gibt es kleine Staaten. Denen kann das schon passieren. So, Ägypten möchte uns Frieden anbieten. Sie bieten uns Sinai an, aber wir lehnen ab. Und zwar deshalb, weil, wie schon gesagt, wir würden ganz gerne Mittelägypten auch noch haben. Dazu muss unsere Bevölkerung aber militanter werden. Noch ein wenig. Also sie sind bereits geschlagen. Und Medizin haben wir auch gleich. Und wir sind schon 18.40. Wäre gut, wenn Medizin bald fertig wäre, damit wir Idealismus langsam erforschen können. So, 10. Juhu, wir haben 10 Forschungspunkte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn wir hier 75% des Kriegsziels erobert haben, quasi, dann bekommen wir auch einen Bonus in. Einen Kriegsbonus quasi. Das heißt, wir sollten zumindest 75% von dem Gebiet, das wir fordern, erobern. Innerhalb von, keine Ahnung, 730 Tagen steht hier. Also man hat über zwei Jahre Zeit. Knapp mehr als zwei Jahre Zeit. Das ist schon recht viel. Soll sein. Also Schamal-Scheik müssen wir nicht erobern, aber Alarisch sollten wir schon noch erobern. Dann haben wir 75% und dann gehen wir da nach Mittelägypten. Und beginnen Mittelägypten zu belagern, weil das werden wir als nächstes fordern. Und Tine ist bankrott, das ist uns egal. So, schauen wir mal. Noch eine Fabrik. Ah ja, die Konservenfabrik. Machen wir fertig. Ähm, hm. Die Sägemühle ist, glaube ich, gescheiter. Und wir investieren in die Sägemühle. Na komm schon, Medizin. Gib mir ein bisschen Gas. Sehr gut. Ach, wir können ja noch immer kein Kriegsziel hinzufügen. 6,5 sind wir aber schon. Na gut. Details. Wir gehen zurück zur Kultur. Wir machen, nein, Idealismus, haben wir gesagt. Beginnen. Das sind aber 8000 Punkte. Das sind jetzt 800 Tage, genau. Das ist etwas mehr als zwei Jahre. Na gut. Wir haben ja Zeit. Ich hätte gern ein neues Kriegsziel. Na gut. Ja, während wir das machen, dürfen wir nicht vergessen, dass Preußen weiterhin versucht, Sachsen uns abspenstig zu machen. Das heißt, wir werden Preußen erneut rauswerfen. Aus Bayern auch. Das war in der Zeit nicht. Das war in der Zeit nicht. Botschafter ausweisen. Das war in der Zeit nicht. Ich habe jetzt den falschen Botschafter. Ach Gott, ich bin so ein Depp. Heute bin ich echt nicht gut bei da. Deutschland. Das würde eigentlich bedeuten, dass man das neu laden muss. Und dann wieder rauf gehen. Da hat man Großbritannien rausgeworfen, als ob das irgendjemandem... Ach Gott. Ich sollte nicht... Ich sollte nicht reden und spielen gleichzeitig. Offensichtlich bekommt mir das in keinster Weise. So. Diesen Botschafter müssen wir ausweisen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, leider. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich fürchte, Sachsen ist verloren. Das ist nicht gut. Gerade Sachsen ist wichtig, dass wir behalten. Gut, soll es sein. Vielleicht müssen wir dann früher mit Preußenkrieg führen, als wir wollten. Nämlich bevor sie es schaffen, den norddeutschen Punkt zu gründen. Hm. Ich mache immer nur 6,5. Okay. Gut. Dann müssen wir dann Beziehungen weiter verbessern. Und Frankreich, Beziehungen weiter verbessern. Die brauchen wir im Krieg gegen Preußen auf jeden Fall. Die wären auch super, wenn wir sie im Kampf gegen Preußen hätten. Oder zumindest nicht gegen uns, wenn wir gegen Preußen Krieg führen. Was man gegen Preußen natürlich immer machen kann, ist, man kann um die Dominanz der deutschen Staaten Krieg führen. Das ist ein Kriegsgrund, den sowohl Preußen als auch Österreich besitzt. gegen den jeweils anderen. Gegen den jeweils anderen. Ähm. Das würde uns sämtliche ihrer... die Dominanz der deutschen Krieg haben. einen Start. Komm schon. Wir wollen noch ein Kriegsziel hinzufügen. Warum geht das so langsam? Hurra, Patriotismus. Nö. Okay. Wir haben gesagt, wir sind jetzt ein Plus. Wir haben bereits plus ein Prozent unserer, ähm, unseres Kriegsvorschritts dadurch gekriegt, dass wir das besetzt haben. Nö, will ich nicht. Dosiert mich nicht. Das steht in der Zeitung. Nur, dass wir Krieg führen. Äh, Frankreich, Spanien, Russland, Frankreich, Sachsen ist egal, USA, Spanien, Frankreich, Schweiz, Spanien, Belgien. Hm. Ja, das ist... Gut, was ist hier passiert? Ja, das war abzusehen. Okay, gut. Wir haben Sachsen verloren. Wir werden in Sachsen... Das werden wir hoffentlich nochmal zurückerobern können. Wir werden uns ein bisschen anstrengen. Okay. Dann fahre ich um. Das sind 3.000 Ägypter, die sind uns egal. Ah, 6,7. Na immerhin. Bald, bald. Hey, das ist mir ja überhaupt noch nie passiert. Das ist ja cool. Wir haben tatsächlich diese Blume als erste gefunden. Also, das ist mir schon passiert, aber nicht auf Anheb, sagen wir es mal so. Ähm, ja, wie schon gesagt, diese Expedition, die vorhin war, die wir ausgeschickt haben, die uns schon Prestige gebracht hat, ähm, hat eine wundervolle Blume nach Hause gebracht, nämlich die österreichische Kaiserin. Ähm. Vergesst einfach die Texte, die hier stehen, die sind ganz schrecklich übersetzt ins Deutsche. Ähm, sollte es vielleicht auf Englisch um, ähm, umstellen. Ähm, bringt uns zusätzlich einen Haufen Prestige und es bringt uns auch 750 Forschungspunkte. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dadurch geht das jetzt um einiges schneller. Hm. Hm. Ich hätte diesen Krieg schon ganz gerne, äh, ganz gerne erledigt, bevor wir dieses, dieses Dings fertig haben. Aber dazu brauchen wir hier noch ein wenig mehr Hurra-Patriotismus. Meine Verbündeten werden sich mittlerweile auch denken, was macht der Typ? Er hat's doch eh schon erobert. Wozu sind wir hier noch mit unseren Truppen und erobern ganz Ägypten, wenn er die Forderungen eh nicht einlöst? Ja, die wissen eben nicht das, was ich weiß. Die wissen nicht, dass wir in 30, 20, 30 Jahren den Suezkanal gründen wollen, bauen wollen. Der Suezkanal ist nicht nur wichtig für uns wegen des Prestiges, das er bringt, sondern es ist vor allem deswegen wichtig, wenn wir dann da durchfahren können, ungehindert, wenn wir den Suezkanal besitzen. Und diese Strecke, da ist schon sehr, sehr gut. Also sollten wir wirklich Kolonien haben, ist es überhaupt wichtig? Ja, plus ein Prozent Liberale, sehr gut, der Krieg ist doch gut. Er macht die Leute radikaler für radikale Gedanken, wie zum Beispiel Wahlrecht. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Schauen wir mal. Wie schaut's aus? Ura, Patriotismus, wir brauchen mehr. 6,86, sehr gut. 12. Juni 1842 haben wir dann den Idealismus. Dann haben wir noch mehr Forschungspunkte und dann geht's noch schneller. Gut, wir haben auch ein wenig Geld, wir werden wieder ein bisschen in die Fabriken investieren. Ne, Aldi auch. Was soll's? Ich finde zwar, diese Dinger nicht so großartig. Artillerie Fabriken bringen nicht allzu viel meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Und man ist ein bisschen unabhängiger von ausländischen Fabriken. Gut, wir sollten da mal schauen. Sehr gut, Automatismus, auch nicht schlecht. Oh, wir sind Platz 3 mittlerweile, sehr gut. Ah, das macht das Prestige, das wir gewonnen haben durch die Blume. Am Anfang sind auch alle sehr knapp zusammen. Nur Großbritannien ist ein bisschen abseits dieses ganzen Trosses. Wir können jetzt, das werden wir noch nicht gleich tun, den Botschafter von Preußen ausweisen aus Sachsen. Das werden wir tun, wenn wir ein bisschen mehr haben und er auch ein bisschen mehr, bevor er bei 65 ist. Weil sonst weist er unseren Botschafter aus und das wollen wir auf keinen Fall. Noch immer nicht. Na, geh. Ja, na okay. Das habe ich verdient. Das habe ich vergessen. Meinen Botschafter weist er nicht aus. Aber meine Berater haut er raus. Das heißt, ich kann weitermachen. Aber... Hm. Ihr seht, ich mache alles falsch, was man nur falsch machen kann. Und ein Kriegsziel kann ich noch immer nicht hinzufügen, aber wir sind schon bei 6,915. Wir müssen bei etwa 7% sein. Mit dem Hurra, Patriotismus. Hm. Wir haben eine Bauernbank, die können wir verstaatlichen, das würde uns Geld bringen. Wir können die Bank einfach schließen, das würde uns Militanz bringen. Und wir können die Bank einfach machen lassen. Ich finde das okay. Ich bin ein alter Sozi und ein bisschen Bewusstsein in der Bevölkerung ist okay. Okay. Was ist das? Palmer ist auch mit seinen Truppen runtergekommen. Das ist ja lieb. Wie uns da da hilft. Na, 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 na. Na. Jetzt geht's schnell. 6,8, 6,9. Yes. Kriegsziel hinzufügen. Zugeständnisverlass von Mittelägypten. Fortfahren. Das bringt uns zwar 5 Infamie, aber... Oh, wir haben die Prophylaxe gegen Malaria. Sehr gut. Und wir haben Airplayer entdeckt. Auch gut. So. Und da es jetzt wieder ewig dauert, bis wir da wieder ein neues Kriegsziel hinzufügen können, würde ich fast sagen. Außerdem, naja, das nächste wird sich auch noch rausgehen. Hm. Wir sollten es eigentlich machen. Dann müssen wir nur einmal Glied in den Krieg führen. Dann können wir wieder... Das ist gar nichts. Ja, es läuft gerade so schön. Das ist alles erobert und ich muss das nachher nicht nochmal machen. Das müsste sich eigentlich ausgehen von den Punkten her. Das ist ein Problem. Wenn es nämlich zu viel sind, dann geht es auf keinen Fall. Aber ich glaube, 3 sollten sich ausgehen. 3 Provinzen auf einmal. Es lässt mich zwar durchaus gierig erscheinen, aber es erspart mir einiges an Mühe später. Das heißt, das war der letzte Krieg für lange Zeit, den ich freiwillig geführt habe. Wenn ich das mal habe. Dann gehen wir nach Itfu. Oh Gott, wir müssen wieder auf 6,9 kommen. Ah, das dauert so lang. Sehr ehrig. Zu 100 Prozent. Mich wundert, dass die anderen nicht irgendetwas fordern. Normalerweise hätte ich schon gedacht, dass Frankreich irgendetwas fordert. Hm. Komisch. Okay, wir sperren den Typen ein. Nein, okay. Wir bieten ihnen Frieden an. Machen wir später weiter. So, haben wir gemacht. Damit haben wir diesen Krieg hinter uns. Eigentlich haben wir sogar zwei Kriege hinter uns. Wir haben Ägypten ein großes Stück Land rausgezogen. Wir haben jetzt unsere erste Kolonie. Ägypten hat die fast freiwillig hergegeben. Durch das, dass wir einige Verbündete hatten. Es ist sehr viel einfacher gegangen. Ohne Frankreich und Preußen wäre es natürlich auch gegangen. Hätte aber viel länger gedauert. Ähm. Und hätte uns auch viel mehr Ressourcen gekostet. Diese erste Armee schicken wir wieder zurück nach Europa. Oder lassen wir die gleich hier? Nein, die lassen wir gleich da. Das passt schon. Was wir auf jeden Fall machen. Als erstes ist den Haushalt wieder etwas zurückschrauben. Wir gehen da mal auf 50% zurück. Und zwar deshalb. Wir gehen noch nicht auf 0%, weil erstens sind sie noch in Ägypten die Leute. Wir gehen zurück, ähm, da gehen wir wieder auf 95%. Das müsste eigentlich genauso gut sein wie 100%. Da gehen wir auf 85%. Und da gehen wir wieder zurück auf 80%. Mhm. Da gehen wir mal zurück auf 75% und auf 90%. Da haben wir uns noch zwei Anführer. Gut. Ja. Das war mein vierter Teil vom Let's Play. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe wir können Leipzig doch nochmal zurückerobern von den Preußen. Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ob das funktioniert. Kriege sind leider dazu da, um mich etwas blind zu machen auf diesem diplomatischen Gebiet. Was ein bisschen doof ist. Aber gut. Kann mir jetzt auch nichts machen. Ähm. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und wie immer sage ich gute Nacht. Schlafst gut und träumst was schönes. Bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020